Wir haben uns super auf sie eingestellt. Wir wussten schon eigentlich was kommt. Ja, nur leider haben wir das nicht so umgesetzt, wie wir das eigentlich die ganze Woche geübt haben. Wir haben eine Videoanalyse gemacht. Nicht nur von unserem Spiel, also vom Hinspiel, sondern auch von den anderen Spielen. Und wir wussten eigentlich was auf uns zukommt. In der ersten Halbzeit machen wir schon zu viele Fehler. Wir kriegen auch eindeutig einfach zu viele Gegentore. Wenn man schon in der ersten Halbzeit 17 Tore kriegt, ist es einfach zu viel. Wir sollen uns alle nochmal dieses Spiel angucken. Gucken was wir für Fehler gemacht haben. Wir haben uns jetzt aber selber im Team vorgenommen, dass wir uns die guten Fähne raussuchen. Weil wir hatten auch echt richtig, richtig gute Aktionen von einigen Spielerinnen hier. Und ja, die müssen wir mitnehmen für das nächste Spiel. Und dann gewinnen wir das nächste Spiel auch wieder. Also wir wissen ja Rapslıklaus haben.